Es wird Zeit für ein Vier-Sterne-Level, das perfekte Timing. Doch der arme Toad, der traut sich das nicht. Der braucht Hilfe von seiner Freundin. I'm ready! Von Toad Dad. Ah, lila, passt. Alrighty, dann ab geht's in das perfekte Timing. Wir haben das letzte Mal den Schwebehochsprung bekommen. Ich werde ihn jetzt aber erstmal noch nicht auswählen, weil bei so einem schweren Level würde ich erstmal damit anfangen, mit den Sachen, die ich kenne. Okay, kann ich mal reingehen? Nee, ich kann ja nicht reingehen. Okay, komm, es geht direkt los. Los geht ab. Hä? Oh. Okay. Ah, sowas in der Art wird das. Okay. War das schon mal schneller? Du, 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 du. Oh, es wird immer schneller. Du, 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 du. Oh. Oh, immer kleiner auch noch. Oh nein, das ist böse. Aber Starcoin ist jetzt immer auf dem Weg. Nein! Was passiert? Habe ich alles? Ich habe aber alles. Ja, keine Ahnung, ich habe es trotzdem geschafft. Ich meine, vier Sterne finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Hätte drei Sterne wahrscheinlich gemacht, aber das war ein cooles Level. Oh. Ich habe aber gar keine Wundersamen. Hm. Ah, ja gut. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal rein. Das können wir so nicht stehen lassen. Aber ich spiele gerne als To-Dat tatsächlich. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, seit 3-D... Nee. Seit... Das ist irgendwie U-Deluxe, was ich glaube, ich spielbar, oder? Ich glaube schon. Okay, es wird immer schneller. Und oben steht die Zeit, wie lange es dauert. Ich kann aber gleiten. Zur Sicherheit. Nur muss ich mich beeilen? Ich versuche jetzt mal ganz schnell zu sein. Auf nichts zu achten. Einfach schnell sein. Hm. Oh, das ist so schnell. Uuuuh. Komm schon. Yes. Already. Hurra. Und was haben wir hier? Noch ein Exit. Aber diesmal eins mit einem wundersamen am Ende. Das war ein cooles Level. I get it! Yeah! Yeah, 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 yeah. You go! Nein, you go! Na, egal. Das war auch immer was anderes. Hat mir gefallen. Ding. Huh? Das war... Sieg-Exit? Nein, kann ja nicht sein, oder? Abzeichen-Test für Profis. Sprungfeder 1. Ist das ein neues Abzeichen? Sprungfeder? Das ist neu. Das ist neu. Okay, hau raus. Sprungfeder. Du bewegst dich durch Hüpfen vorwärts und kannst höher als gewöhnlich springen. What? Oh! Ich kann mich nur so rumbewegen. Oh nein, wisst ihr, woran mich das erinnert? Das erinnert mich total an... Äh, boah, wie... An meiner Galaxy, da gab's auch so'n Sprungfeder-Pop, was, äh, kriegt ich kacke war. Yeah! Yeah! Juhu! Nice! Und was sagt die noch? Ich weiß nicht. Oh! Okay, nice. Noch ein Checkpoint? Warum auch immer? Wow! Warum ist das hier für Profis? Weil die Störungen schwer ist? Oder was? Das als Grund alleine? Weiß ich nicht. Aber ich mag die Fekte, die immer kommen. Bisschen cool. Das war wunderbar! Mach mich speedrun hier komplett durch, ne? Easy. I get it! Na, und heute ditten wir noch viel mehr. Ich hab vor, heute zum Schloss zu gelangen. Mal gucken, ob wir's schaffen. Aber möglich ist es allemal. So, kommt noch was? Was kommt denn noch was? Oh Gott. Teil gemacht! Wir haben sogar das Abzeichen, dass du gerade befallen hast. Schenk bekommen. Ne, lass mal. Das ist, äh, ja, was für Challenges. Oh! Für die Spezialwelt! Für die Star-Ware, für die Flower-Power-Welt hier. Ja, wie gesagt, die Level hier in der Spezialwelt machen wir da ganz am Ende, weil, ihr seht schon, das wird ja sehr schwierig. Ich hoffe, ich verzeihe es mir. Ich werde es machen, nur nicht jetzt. Ich brauche noch ein bisschen Übung. Das Spiel ist so grandios schwer. Oh mein Gott. Machen wir mal hier eine Kampfparty. Wölkchen-Arena. Ganz viel Wölkchen. Uh, da hab ich aber am Stottern. Ich siege alle Gegner. In der Zeit. Was nehmen wir mit? Ah, wie sie aussieht. Hey, ich finde, hat sie auch gar gut aus. In dem Elefanten-Outfit? Schon not bad. Egal. Oh Gott, was wird das hier? Also, ich kann mir schon vorstellen, was es hier wird, aber oh Gott, was wird das hier? Verdammt. Mein, ich bin langsam. Nein! Was zur Hölle? Oh Gott, ich bin eigentlich immer neu anfangend, ne? Ich hab die falschen Items, hab ich auch ausgewählt. Ja, okay, komm, ich kann neu starten. Äh, ja, boah, weiß ich nicht. Ne, lass mal, lass mal. Die kann mir gerade alle nicht so wirklich helfen. Ähm, ich nehme mal den Elefanten mit, aber bleib erst mal bei der Bubble, bei der Bubblegum. und go. Was ist eins von drei? Eigentlich müssen die Inseln sterben bei den Bubbles, ne? Alle, alle Arten. Nein, die nicht? Okay, ich glaube, für die brauche ich größeres Geschütz. sprich, den Elefant, den Elefant in the Room. Okay, gut, 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 gut. Einer noch, einer noch. Hoch da. nein! Oh, oh no. Wenn der erste Raum mir schon so viele Probleme bereitet, wie würden dann die anderen beiden Räume sein? Ich hab' ein ungutes Gefühl bei der Sache. Um das mal so auszudrücken. Ach, ihr seid es. Ihr stören, Friede, seid die nächste Herausforderung, die mir scheint. Und leider, keine Ahnung, was ich hier tue, aber ich tue irgendwas nicht richtig. Alter, das trifft den doch. Das trifft den, Ja, das trifft den doch. Komm, jetzt trifft sie alle Hals. Warte mal, Ah, Lakitu-Wolke. Wo muss ich lang? Ah, okay, man soll eigentlich noch ganz links und dann von links nach rechts an der Abarbeitung. Nicht so, wie ich es gemacht habe. Okay. Ich weiß, wahrscheinlich noch mal machen, dass das Level. Wahrscheinlich schon. Interessant, dass es die Lakitu-Wolke hier gibt. Hab' ich nicht gedacht. Oh, nee, das könnt ihr mich antun. Nicht ihr. Okay, nice. Puh. Kill den und den letzten. Oha, Lucky Shot. Okay, unter 75 Sekunden, das muss reichen, komm, das muss reichen für alle drei, alle drei. Komm, 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 und du sagst, es ist nicht 70. Nein, 70, oh, die letzten paar Sekunden. Ah, ist das ärgerlich. Ah, ist das ärgerlich. Okay, ähm, ich würde sagen, das hole ich kurz aus, green nach. Ich hab' da wirklich nur, oder? ich kann's euch zeigen, eigentlich, ne? Okay, ich muss was überlegen. Also, ihr meistert hab' ich beim zweiten Raum verloren. Tatsächlich nicht beim ersten. Ja, ist egal. Okay, ich versuch's doch mal mit dem Elefanten. Mit dem fühl' ich mich strong. Weil der kann boxen. Bam. Okay. Bam. 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 Alter, jetzt ist das richtig gut. Ah, die Kleinen machen mir die größten Probleme. Wow, 15 Sekunden. Jetzt hab ich mich auf jeden Fall verbessert. Das wollte ich natürlich drin zeigen, um euch zu zeigen, dass ich Skill besitze. Ja. Das war für den Beweis. Für den Beweis hab' ich das getan, natürlich. Obviersley. Obviersley. Da kommt der. Bam. Na, ich muss noch hoch. Boing. 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 Pass auf, dass ich nicht runterfalle, bitte. Wow, okay. Wunderbar. Wunderbar, aha. Alles wundervoll, wie ich hier, boah, ich kann die deflekten. Warte mal, ich kann die deflekten. Wow, okay, der Elefant ist doch cool, als ich gedacht hab. Die Pose. Boah. Alter, wow, ich hab mich jetzt extrem verbessert. Es hätte nicht vorher so gehen können. naja, was soll's. Was soll's. Boing. Oh, oh, ja, ja, fisch gut, fisch gut. Das ist das so schönes Spiel. Sorry, das rutscht mir einfach so raus. Das ist das Spiel so lobe. Es ist einfach bisher, bisher gibt's wenig negative Punkte, Punkte, das Spiel ist alles fast perfekt. Das ist super. Das ist super. Das ist wundervoll. Ja. Und warte mal, das wirkt wie so ein Schloss. Oder? Was sind das hier? Watteweiche Flauschplattformen. Oh, kein Schloss. Einfach was Süßes. Ah, Ducky. Oh, das wirkt doch ganz nett. Hier kann noch nichts schief gehen. Da, 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 da. Ach, der Arme. Schaut ihn euch an. Der Cooper ist so schwer. Ah, verdammt. Aber ich soll nicht so gehelefant sein. Ja, okay, dann. Ja, ich bleib unten. Da ist es stuck, äh, 10er Münze. Und, da sind blöde Coopers, die zerstört werden. Wie komme ich da hoch? Oder muss ich da einen Cooper-Panzer draufwerfen? Kommt einer neue? Ja, da kommt ein neuer. Glück gehabt. Und auch damit. Yeah, weee. ein secret. Wie halte ich das fest? Auch cool. Wahrscheinlich ist Toadette mein Lieblingscharakter. Ich hätte gesagt Peach, aber bei, oh, schade. Bei Toadette mag ich einfach die Elefantenform viel mehr. Generell bei den ganzen Toads. Ah, ich muss einfach nur lang genug stehen bleiben. Dann geht es automatisch kaputt. wow, wow, wowie, oh, wowie, wowie. Halte ich fern. Halte ich fern. Halte ich fern. Halte ich fern. da oben was an den guten dann lass ich da hast man schon bleiben lustig ich denke ich mache ich auch spaß denkt die spieler spieler spaß ja ich gebe es zu wer hat recht dem nehme ich mit offiziell ist es kein pilz keine fanden pilzer eine elefanten frucht kann welche frucht das sein soll einfach elefanten sprühe ich an böse mann ist immer so aggressiv drauf dieser papa dieser koppa das hätte ich unseren jetzt und das wirkt so darauf stürmer bitte wieder hoch was da hoch was da hoch wenn was ist hier irgendwas cooles das ist auf cool und auch sehr abgefahren was zum jetzt bin ich einfach so ein ding ich bin gut in form ja dadurch habe ich alles noch nicht alles bestimmt hier da ist das ding schon wieder schnell ich komme nicht runter ich komme verdammt ich habe nicht runter aber dann ist gut ist da in die richtung danke das war's einfach der beste platform ganz sicher mag die pinke kappe wie sieht schick aus die ist ähnlich wie bei das gleiche ich weiß es gar nicht ach warten doch nicht so schnell was mir fehlt das gefällt mir gar nicht hier ist das was mir fehlt aber jetzt bin ich tot nicht haha ich habe meine viele fanden verloren leider aber das hätte schlimmer sein können ich war zu voreilig das die gar nicht gesehen ich habe so auf linken seite des bildschutz geschaut etwas weiteres nachholen muss man muss einfach warten bis das wieder hoch geht dann ja wir wissen nein bei 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 einer von ihnen oder was ok dass wir kurz sehen ob wir alles haben weil er ist das ne da hat euch mit kurz gucken nicht dass mir irgendwas fehlt aber es scheint dass wir alles haben der gipfel ist fast erreicht doch der letzte teil des weges ist auch der gefährlichste schau einmal im laden herein um dich mit den nötigen vorräten zu versorgen fast da sind laden online das kam ich was hat davor nichts gutes du warst du jetzt nicht etwa vor den weg zu versperren was so ein mini bauserschef ich mag diese grünen haare die sind was neues oder ist nämlich total ein ende sein video ging ende hin luft galera im wölkchengebirge dann rein da das war so ein zwischenlevel das nur einmal auftaucht na gut boah katz ihn sogar wiii es ist ein scrolling level oh no eine bombe es ist eine bombe aber eine coole bombe macht schöne partikel die gefällt mir aber vielleicht noch an zünden ja kann nicht klopp 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 klop der schießt nach oben das ist kein bomb normaler sondern der schießt wirklich hier warte was cool das gefällt mir das mal was neues der wüsst ich mag neue sachen neue sachen sind neu okay ich hab's bekommen ich hab's gut ich glaube elefant wäre ganz gut aber ich weiß nicht aber habe ich nicht dabei keine ahnung die machen okay ich wollte eigentlich ein mitnehmen aber ich muss alles weg wirbeln da muss ich auch kumpel noch mal auf wir sind drin das ist die auswürdigstinken also grünlich radioaktiv keine ahnung wo bin ich aus seinem wunderbaren raumschiff da kann was raus ich fühle mich hier wie bei donkey kong country wir werden abgeschossen kannst du das bitte aufmachen hier nochmal auf bitte danke wir haben jetzt tatsächlich das nächste die szene mit erwartet die musik ist ich habe dafür probleme ich tu doch nichts ja doch stimmt ich greife eigentlich seinen sohn an wir haben auch noch mal auf noch mal auf bitte dankeschön kumpel sehr lieb von dir und jetzt verschwinde keine macht mehr für dich wir sind durch glaube ich was ist ein dator das wasser entdeckt jetzt sind die richtigen wir sind so blau ich meine ich kann das schieben warum wieso das halb keine ahnung aber ich kann na ich mach's mal oder muss wahrscheinlich durch damit wir alle wieder durch können durch die röhre können ja ok die letzte coin das geschenkt aber wo wie mich hat das ja also sie für cool ich glaube ich bin schon da die bob obfabrik das sieht cool aus wow das sieht echt cool aus hier ok wir brauchen nein hier frisst du bist deine eigene medizin nein achso auf den schalter einfach nur drauf das war's wow pfff wir auf die axt immer springen das war's nom 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 zu viel da hast du jetzt einen explosiven geschmack mein lieber jetzt verschwinde aus meinem weg einfach liegen oder ja er bleibt ja von liegen das finde ich cool zumindest kann man das noch mal replay das war ja schaurig von großen höhen halte ich mich weiß fern da fällt mir was ein oder es gibt ein abzeichen dass wir hier in den fall zu verstehen das wird irgendwann in diesem berg verkauft wenn du ein neues abzeichen erhältst ok er hat ja alles anzusehen du kannst abzeichen wechseln i know ok dann haben wir hier den letzten bereich da oben ist nämlich schon das schloss wo sich browser junior vielleicht aufhör ich weiß es nicht das war ja toll ihr lasst euch nicht einmal von einem fliegenden schiff aufhalten wenn ihr es bisher geschafft habt werdet ihr sicher auch mit diesem unruhe stimmten der fertig der bergkippe liegt direkt voraus ich glaube an euch wenn der welt schon wieder frei ist können wir vielleicht einmal zusammen von dort ins teil rufen ja bestimmt welche das war ja nicht mehr lieber kunde sondern auch mit dem rettungssprung abzeichen abgründe lava oder giftiges wasser springst du einmal automatisch wieder raus cool vor allem für lobis ist das ganze so ein paar aufstellen habe ich mir noch kaufen blaue joshi auf der wolke roter joshi im pock gesicht seifenblauen 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 tot blaue tot feuer daisy die aussieht wie sie schwimmen roter joshi der sich freut daisy die schwimmt daisy die sich freut joshi der grabe leider den youtube trend sehen muss würde ich auch so aussehen sitzender blauer elefant tot der genie zaubert halt luigi wie er bruselt äh joshi wie er euch anschaut weil ihr kein like da gelassen habt schande über euch äh blau tot wie er sich freut dass ihr like gelassen habt äh äh den fanden er sie ok Goomba Mario und da wie die spoiler wieder ja du weißt auch wie das abblatt mit den spoilern naja komm ich geh jetzt wieder ok hab aber auch schon den trailern gesehen ne geil ähm machen wir doch weiter mit den nicht den anschluss verlieren das sah jetzt ein bisschen aus wie äh was haben wir jetzt neu das haben wir neu machen wir mal das sah jetzt ein bisschen aus wie diese eine spark transformation von ja doch von Mario Odyssey das ding oh 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 ich sehe schon was das hier für ein level wird gut dass wir jetzt die ability haben ach das können wir mitnehmen ah das ist cool ach die gehen nach einer zeit weg boah das ist cool das ist eine sehr coole idee mau er hat sogar gesagt zielen und ich ziel überhaupt nicht auch gut da war nichts schade da oben ist aber was was ich gerne hätte boing ich kann die so aktivieren so viel boden wie möglich haben dass der boden ständig wenn man alles gesammelt hat kommt man daran also ich muss das machen okay alles einsammeln was von unten aus ist einfacher danke kumpel sehr nett von dir die münzen nehme ich natürlich auch mit was wieder neue sachen leisten was das denn hier zielen nach unten das bist du mein begleiter du fährst mit bist du nicht mehr mit fährst so lange hast du mit macht sinn naja man kann die nicht kühlen schade das ist einfach aufpassen okay haben wir es genug haben es genug wir müssen genug haben wir alles eingesammelt soweit ich weiß ich müsste jetzt alles gesammelt haben kommt bitte 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 reicht das bitte reicht das kommt schon bitte ja 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 es reicht es reicht und wie es reicht man hat auch damit und den brauche ich danke kommt nach oben das ist ein was zur hölle lakitos auch die schmeißen wir besorgen hin und einsammeln oder und wie es läuft die nase läuft von dem elefanten und todets sehr nice da hat was neues und was neues ich weiß nicht so weit weg komm näher ran komm näher ran ich muss näher ran kommen da das letzte ding wo ist es nein ich sterbe ich sterbe nein vielleicht hab ich es noch vielleicht hab ich es noch mal abzeichen nein oh so knapp so knapp na oh gib mir mal den wahlensprung ich glaub der wird hierher besser sein muss ich das ganze level ne ich muss das ganze level ok gut ok nimm alles mit echt mies ok bleibt einfach so wie ich gerade bin bleibt bleibt so wie ihr seid das ist die message da nämlich hat das nochmal das ist schwierig aber extra mein elefant nicht benutzt weil ich wusste ich würde es wieder versauen ok und go aber nicht hinfallen nicht hinfallen ok alles mit dem russ aktivieren das einfache ich mag die elefanten ich finde er ist ein bisschen zu ähnlich von der attacke her wie dann eben weiß wie der tanuki zum beispiel noch andere die so seitlich angreifen aber es hat sie cool ich bin trotzdem cool dass es den gibt und man weiß das gab es für elefant was soll das nintendo was soll das aber aber mittlerweile denke ich mir ist es voll cool aber jetzt ist auch so blöd verzierten und dann noch die katzen hier ich brauche sie nicht ok rektoren das ist halt so dumm gemacht gerade jetzt habe ich ja nicht bekommen aber passt wir haben es wir haben es also das war das war echt hart das ist jetzt für das ziel noch ganz oben zu kommen im ziel wahrscheinlich wahrscheinlich immerhin immerhin so und wie es weiter geht sehen wir aber nächstes mal mit den joshis die haben wir da keine abilities aber 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 die joshis sind trotzdem knuddelig cute und was auch immer ich kann fliegen da haben wir bestimmt helfen hier also ja die werden hier richtig rein und sind noch zwei level nächstes mal wird jeder wieder zu ende gemacht Klar hier 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 Vielen Dank.